salut pilot willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal ja für heute war eigentlich ein weiteres gameplay geplant das wird auch noch kommen ich muss es erst noch aufnehmen aber da ist mir die clan funktion sozusagen zwischen die beine gegrätscht wenn man so möchte heute auf arbeit ich gucke nachmittag nichts an und ich dachte nichts böses in das spiel und bumm war sie da also einfach noch früher als die maps und das obwohl ich noch der meinung war die clan funktionen sei noch irgendwo ganz weiter ferne und die wollen wir uns heute angucken ich habe sie mir schon selber angeguckt habe mit leuten geredet habe meine persönliche meinung dazu aber dazu kommen wir am schluss wir gucken uns jetzt erst mal relativ neutral diese clan funktion an und den button für diese clan funktionen findet ihr sozusagen über meinem brick house in der mitte zwischen euren nachrichten und euren freunden so da drücken wir jetzt drauf und sind wir auf der übersicht hier haben wir jetzt mehrere möglichkeiten und funktionen die gehen wir jetzt hier auch mal durch zum einen haben wir links oben wahrscheinlich noch der unbeachteste teil des ganzen unbeachtete teil des ganzen der info button das ist so eine art faq für clans was ist clan stärke und so weiter und so fort wie erstelle ich einen clan und dann drückt man da drauf und wumms eröffnet sich ein polyversum in der kalotte jedenfalls haben wir dann noch ein paar andere funktionen zum beispiel links unten clan anfragen da habt ihr hier wieder zwei button einladungen bedeutet ihr wurde zu einem clan eingeladen das ist wenn ein clan euch sagt oh ja der spieler ist toll den will ich haben dann senden die euch eine einladung und dann erscheint diese einladung eben hier bei diesem feld einladungen bei bewerbungen ist es etwas anders dieser button ist oder dieser reiter ist dafür gedacht dass wenn ihr schon einen clan habt dann könnt ihr innerhalb dieses reiters die spieler sehen gerne in euren clan möchten und dann eben dementsprechend ablehnen oder akzeptieren so simpel ist das das war es auch schon mit der funktion daneben haben wir klaren erstellen ist ja auch relativ selbsterklärend der klarname muss zwischen 23 zeichen lang sein und der tag zwischen drei und fünf zeichen hier kommen wir schon mal zu einem kritikpunkt meinerseits nämlich zum einen der klarname muss natürlich unique sein also er muss einzigartig sein das ist ja auch logisch aber normalerweise sollte das der tag auch sein und das ist eben nicht der fall ihr könnt einfach doppelte text nehmen also der ist nicht limitiert oder so euer klaren tag kann mehrfach verwendet werden das heißt wenn jetzt irgendeiner ganz besonders lustig ist und auf die idee kommt sich den klaren tag von arch enemy anzueignen ja dann ist das so dann können die da wenig dagegen machen den namen können sie nicht kopieren der muss immer einzigartig sein aber der tag der kann mehrfach vergeben werden finde ich schon mal nicht so gut unten habt ihr dann noch die klaren privatsphäre ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie das funktioniert ihr habt ja gesehen ich habe noch keinen klaren erstellt dazu komme ich auch noch ich weiß es nicht genau wie das ist man kann sich offensichtlich bei privaten klaren zu bewerben und ich denke mal in offene klaren kann man einfach reingehen ich weiß es nicht so genau vielleicht die leute die das schon wissen da sie schon klaren haben die jungs von der ehe oder so schreibt mir das doch mal in die kommens also ich persönlich glaube so dass man einfach in offene klaren einfach reingehen kann und bei privaten klaren muss man sich wirklich bewerben gut dann haben wir rechts oben die klaren liste das ist einfach nur eine liste von klaren da seht ihr auch auf der also zunächst mal habt ihr die anzahl der spieler dort ihr seht auch 20 von 30 das heißt ein klaren ist auf 30 spieler limitiert ist auch wieder ein kritikpunkt denn es gibt doch klans die mehr als 30 spieler was machen die jetzt machen die zwei klans auf gibt es tatsächlich ihr spielt mit dem gedanken also da seht ihr auf zum einen mal den namen von dem klan natürlich dann daneben eben wie viele spieler von den 30 möglichen bereits im klaren sind die gesamtsquad power dieses klans und ihr seht auch ob er privat oder offen ist der das blaue quadrat mit dem pfeil dass es privat und das grüne quadrat mit dem mensch kalender das ist öffentlich gut dann könnt ihr natürlich auch noch sortieren nach stärke nach privatsphäre nach offenen slots und so weiter und so fort und dann habt ihr natürlich auch noch hier die klaren stärke ne warte wir müssen noch kurz zurück ihr habt natürlich hier auch noch das suchen fällt da könnt ihr entweder nach einem tag oder nach der id oder nach dem klannamen suchen ist ja selbst erklärend und erneuern das heißt quasi refreshen braucht man glaube ich nicht erklären so jetzt aber klan stärke da haben wir natürlich so eine art top liste was die stärksten klans betrifft und das wird hier gemessen an der frei was hier steht es ja top klans basierend auf der stärke aller freigeschalteten waffen und mechs der spieler das heißt quasi nach der hunger stärke gehen so und da haben wir den axo clan heat und whale die einfach von ihrer hunger stärke her mit am höchsten sind omen ist sogar auf platz fünf lustigerweise core kennt man auch also das sind so die top klans aber das ist nur die hunger stärke ne bitte leute nicht nicht jetzt wieder so aus der aus der schießer fein rib unter wäsche fahren wie bei dem season pass oder bei dieser saison liga es hat nichts damit zu tun ob die gut sind oder nicht das heißt nur dass sie starke hangars haben mehr nicht bei der saison liga ist es ja auch so die spieler da oben sind nicht gut sie sind nur permanent online und zocken wenn man auf dieser liste ist auf dieser top 500 liste dann ist das besorgniserregend okay jedenfalls haben wir dann auch noch den wochen clan schaden das ja was ändert sich wohl jede woche da wird einfach werden einfach die top clans aufgezählt die einfach den meisten verursachten schaden pro woche erreicht haben in spiel ja das ist eigentlich auch hemmt die hose ist vollkommen egal eigentlich und das war es auch schon mit der clan funktion prinzipiell jetzt bin ich zu weit rausgegangen dass das ist alles mehr ist nicht und da kommt jetzt auch mal so ein bisschen meine persönliche meinung mit rein zum einen habe ich natürlich schon mit leuten gequatscht die einen clan erstellt haben und dass wir noch keine erstellt haben hat auch einen grund und zwar weil das ganze komplett verbuggt ist offensichtlich haben sie einige probleme damit die liste von anfragen oder auch von ausschlüssen aus dem clan ordentlich zu führen die scheint wohl hin und her zu springen und dann will man irgendwen kicken schmeißt aus versehen einen eigenen member raus statt den den man eigentlich kicken wollte nimmt leute an die man nicht einladen wollte weil diese liste einfach die ganze zeit hin und her springt das ist zum beispiel einer der bugs manche leute können sogar den support nicht mehr schreiben oder nicht mehr ins spiel oder haben andere probleme seitdem sie einen clan erstellt oder einem clan beigetreten sind und ja deswegen habe ich gesagt wir warten noch eine weile nicht dass das hier dann irgendwelche negativen folgen für uns hat prinzipiell muss ich sagen finde ich die clan funktion ein bisschen schwach mit der clan funktion müsste eigentlich auch ein neuer spiel modus eingeführt werden indem man einfach clan gegen clan spielen kann um auch hier die die spielerische leistung der teams sozusagen zu bewerten denn das ist ja quasi das was die clan funktion im kern ausmacht es müsste eine möglichkeit geben untereinander ressourcen zu tauschen sich unter die arme zugreifen vielleicht auch so eine art besten liste innerhalb des clans das gibt es in anderen spielen zum beispiel wer die meisten kills aus dem clans macht den meisten schaden oder was weiß ich solche dinge so so sachen die anspornen wo so ein bisschen so ein bisschen freundschaftlicher konkurrenzkampf innerhalb des clans stattfindet ein bisschen input dass man halt sich ein bisschen motiviert fühlt und sagt okay ich habe keine ahnung ich will aus dem clan so hier und dort der beste sein und da hänge ich mich an und dann macht das spaß clan feits so in einem eigenen modus solche sachen ressourcen tauschen eben schon angesprochen das sind dinge die fehlen hier komplett ja die clan funktion ist eigentlich an sich vollkommen useless und dann gibt es auch noch das problem dass man keine sonderzeichen nutzen kann ja zum beispiel unseren tag den wir haben den können wir gar nicht nehmen seht ihr das das wird einfach nicht übernommen so geht nicht müssen wir uns was anderes ausdenken einen anderen tag wir haben schon ein bisschen probiert ein paar sachen gehen so unterstrich oder bindestrich geht aber bei kommer hört schon wieder auf andere schriftarten gehen auch nicht bin jetzt noch überlegen ob vielleicht asiatische zeichen funktionieren denn das spiel wird ja auch in asien gespielt also müsste eigentlich asiatisches möglich sein weil wir wollen halt unseren clantec auch optisch hübsch haben und ja im großen und ganzen eigentlich relativ leer das ganze also da muss auf jeden fall noch nachjustiert werden zum einen müssen die bugs raus und zum anderen müssen müssen andere funktionen eingeführt werden gebrochen wir brauchen hier die möglichkeit uns gegenseitig zu messen dass wir gegen andere clans spielen können dass das irgendwie statistisch erfasst wird es braucht es braucht ein ansporn innerhalb des clans sein bestes zu geben über stadt es reichen ja schon statistiken man muss ja nicht unbedingt das gewinnen so speziell größere clans die sehr viel wert eben auf leistung legen wie wir zum beispiel also wir sind es nicht groß aber überlegen wir auf leistung bei denen spornt das an so dann hast du deine besten liste innerhalb des clans ja da willst du doch hoch und so weiter das sind dinge die motivieren die die ja einfach auch am ball zu bleiben aber das gibt es hier alles nicht es gibt hier keine nennenswerte funktion ohohoho wöchentlicher clanschaden lächerlich absolut lächerlich ja das mit der clanstärke okay das ist in ordnung clan list ist okay aber summa summarum ja ist das eine leere pinata wenn man so möchte man kann draufhauen sie bricht auf und hoppala keine süßigkeit drin also ich bin noch sehr skeptisch ich bin mit der clan funktion so wie sie jetzt steht nicht zufrieden und die bugs müssen auch erst mal gefixt werden bevor man hier irgendwie nennenswerten clan gestalten kann gut das soll es aber auch wieder gewesen sein mit diesem video zur clan funktion mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen ich hoffe es war aufschlussreich und hat euch gefallen ich wünsche euch noch viel spaß im spiel heute wir sehen uns zu einem weiteren video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig ich